Kim Kardashian West, 37, Kepin Apfel de Kardashians, kann sich mit ihrer neuen Friseur offenbar nicht anfreunden. Der Reality-Star ließ sich vor kurzem seine lange Mähne abschneiden und regt aktuell einen Bob. Wie Twitter erklärte die Ehefrau von Rapa Kanye West, 41, nun, dass sie ihre langen Haare vermisse. Na, wenn sie sonst keine Probleme hat.